1000 Milliarden Euro. So viel Geld will Ursula von der Leyen für die nächsten 10 Jahre zur Seite bringen, um Klimaschutz in Europa zu finanzieren. Klimaschutz ist nicht gratis. Klar ist allerdings, dass es noch teurer wird, wenn weiterhin nichts geschieht. Es muss jetzt investiert werden, um in der Zukunft zu ernten. 1000 Milliarden Euro, diese Summe scheint enorm. Wir haben nachgesehen. 2800 Milliarden Euro, also fast dreimal so viel, werden die Staaten Europas in den nächsten 10 Jahren für Rüstung ausgeben, gerechnet auf den Ausgaben im Jahr 2016. 1900 Milliarden Euro, also fast das Doppelte, haben 33 weltweit führende Banken allein in den vergangenen vier Jahren in die Finanzierung des Sektors von Kohle, Öl und Gas gesteckt. 1000 Milliarden Euro liegen im norwegischen Staatsfonds, der von den Einnahmen des Verkaufs von Öl und Gas finanziert wird. 1000 Milliarden Euro hat Deutschland allein im Jahr 2017 für Soziales ausgegeben. 1000 Milliarden Euro haben die Banken allein in den Jahren 2015 bis 2018 in die Digitalisierung gesteckt. Allerdings, wenn Sie 1000 Milliarden Euro hätten und jeden Tag 1000 Euro ausgeben, werden Sie erst in 2740 Jahren pleite. UN Untertitelung des ZDF, 2020